Willkommen liebe Leute zurück zu Zombie Army 4 Dead War. Ja wir werden jetzt Schweiger rächen in der Mission Schweigers Rache. Denn wir haben ja erfahren zum Schluss der vergangenen Folge, dass er gestorben ist. Bunker nach Vorräten durchsuchen, ok. Gut, ich bin bereit. Gut, dass wir wenigstens ein paar Leute an uns auf der Seite noch haben. Äh, ja da hat er einer geschrien. Ich glaube, er ist tot. Na super. Lass mich jetzt bitte nicht alleine. Bisschen Unterstützung ist auch mal nett. So. Überlebt bis die Rakete in Position ist, ok. Damit haben wir unser neues Ziel. So. Ok, ich würde sagen, wir gehen währenddessen erstmal zu denen hier, die noch sind. Oder muss ich jetzt schon dorthin? Ich würde sagen, wir gehen währenddessen. Die Rakete fährt lang. Ganz langsam. Ja, wir müssen jetzt anscheinend aushalten, bis die hier ganz vorne wo ist, oder wie? Ok. Ok. Ich bin bereit. Da kommen sie. Ok. Nachladen. Ok. 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 bisschen zu stampfen hier bisschen stampfen ist wichtig im leben vom tag down und einmal wieder machete hier rein mit den allen hier es ist nur noch der eine hier ich glaube es sieht so danach aus der andere wurde anscheinend schon erwischt so take down wieder oh no 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 oh pass das nicht auf kollege hier die munition wird knapp eine kugel nur noch gut das war's was die munition für das teil betraf ist muss ich schauen noch neue munition unbedingt erstmal kurz hier angehen ist und schon take down so oh wieder andere ist noch da statt gerade wäre erledigt worden gut so einfach immer hier ein bisschen drauf halten hier haben wir ehe da noch mal neue munition das förderband neu starten das über die rakete bewegt sich nicht mehr weiter ok kollege hier bitte überlebe ich bin gleich zurück aber ich hoffe du schaffst das so was man muss hier irgendwie durch gut haben wir hier durch sprüchen prügeln so jetzt hier hoch aber ganz flott so zack zack no das kann jetzt nicht wahr sein ok ich sehe aber glaube ich die schwachsteine schon also diese roten dinger denke ich mal naja und halt dieser andere rote bereich mist so kommt schon schön drauf halten dort auf die seite gut die seite wäre schon mal geschafft nein 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 was haben wir hier drin ok frische granaten nur so ok der panzer muss ausgeschaltet werden so immer schön hier rein halten ja aua 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 so ihr nehmt das ooo aua 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 so das geschütz hier nehmen jawoll das panzer geschütz ist zerstört so jawoll das zweite auch noch sehr gut so schnell dort hinter sniper auspacken schnell wo wow wow wo 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 hat ihr das gesehen das war wie ein toten schädel mit was der dort feuert ok ich sehe schon was wir mit denen bezwingen können ok wir haben was womit wir ihn bezwingen können. auf jeden teil. ok ich bin bereit. panzer zeig dich. da. ok. schnell weg hier. komm schon. bereithalten wieder. ich glaube der fährt er mich jetzt hier lang. so. gut. auch noch mal gut. und noch mal drauf. ich bräuchte unbedingt eine neue bandage. erstmal hier. ich kann halt eher nicht so richtig mich mehr mit dem anlegen. das ist das ding gerade. was ich hier so ein bisschen als problem habe. das hat gerade wirklich so ein kleines problem hier. und genügend gegner sind das hier gerade nicht um den tag dann nochmal durchzuführen. sehr gut wenn hier nochmal sowas wäre wie eine bandage. jawoll ist hier auch. ok. und jetzt bitte noch mal eine so für unterwegs. sehr ganz gut. ja jetzt haben wir nämlich wenigstens eine volle gesundheit wieder. eine für unterwegs wäre noch ganz gut. so. nein. ja. ich sehe keine schwachstelle irgendwie mehr. ich habe keinen plan gerade. wegen dem panzer. ich müsste mir halt noch ein bisschen besser anschauen. das problem ist der schaut mich halt sofort an. nein. es wäre wirklich hier gut wieder mal einen zweiten spieler zu haben. weil dann könnte der eine den panzer ablenken. und der andere. ja. schaut halt wegen schachstelle oder sonst sowas. ich glaube das war's für mich muss ich ganz ehrlich sagen. ich glaube der wird mich jetzt hier nochmal erledigen. betwingt den zombie panzer. hm. aber wie. wie könnten wir das letzte bisschen mal noch von ihm ausschalten. er zeigt halt keine stelle mehr so rot an. aber er bewegt sich halt auch nicht mehr. ich weiß nicht. vielleicht müssen wir irgendwie nah ran an ihn. ich weiß es gerade leider nicht. ich könnte mir halt nur vorstellen fahre ich auf der anderen seite. aber die andere seite von dem ding zu sehen. ja. das könnte mir dann schwierig sein. ja. wir müssen halt erstmal wieder genügend zombies hier haben. um so einen tag dann wieder zu bekommen. das wäre halt auch erstmal gut wenn wir so einen wieder bekommen würden. aber wir sind gerade leider nicht genügend zombies dafür. ja. so. jetzt kommt hier gerade noch mal beschlossen. das ding ist halt schon wieder unten runter gegangen. dieses. ja. ok. wir müssen kurz schauen. wir müssen da irgendwie dran vorbeilaufen an dem denke ich mal. ich müsste mir halt glaube ich mal die rückseite von ihm anschauen. ich könnte mir vorstellen dort müssen wir vielleicht was machen. also der nächste ist gerade halt wie angewurzelt dort hinten. ja. und der feine herr hier da schaut auch noch. da schaut nur zu. der typ hier. wäre schön wenn sie mir helfen könnten. so. ähm. ist das der typ nicht? nein das ist der andere. nein das ist der andere. so. gut. dankeschön dafür. okay. jetzt hin da würde ich sagen. so. jetzt einmal um ihn hier so herum. los. ja. sehr gut. jetzt erstmal kurz warten. und hier ist ein Comic. jawoll. mein plan hat funktioniert. mit auf die andere seite. das hat wirklich geklappt. da bin ich aber jetzt froh drüber. da bin ich aber jetzt wirklich froh drüber. dass das geklappt hat hier mit der anderen seite. und so. oh no 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 no. aber wir sind schwer verletzt. wir müssen jetzt unbedingt zusehen. dass wir zu der Rakete kommen. aber erstmal vielleicht einen takedown machen. wäre vielleicht nicht schlecht. ja. das wäre wirklich nicht verkehrt. ein bisschen mehr gesundheit wieder ranzukriegen. so. gut. 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 jetzt erstmal hier hoch. Und dann die Rakete ran. Nein. Überleben wir an die Rakete kalibriert. Ja, hätte ich noch Munition, wäre das auch noch mal ein bisschen einfacher. Jawohl. Feuer. Jawohl. Jawohl. Oh, oh, oh. Okay, wir haben ein Schweiger gerecht. Ah, das war ein bisschen anstrengend jetzt auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein bisschen anstrengend. Das muss ich ja schon mal so ein bisschen dazu sagen. Hm? Das war ein Zoo. Und es ist außerhalb der Resistance Territory. Every squad we send in vanished. So we gave up sending them. Now, there's no choice. To figure out what these bastards are up to, we've got to go in. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ärger im zoo ok damit machen wir dann weiter in der nächsten folge und ich denke mal es könnte sehr spannend werden so mit dem zoo hier ja ich könnte mir das sehr gut vorstellen dass das spannend wird wer weiß vielleicht zumbi tiere ok leute was denn daumen nach oben da schreibt einen kommentar wenn ihr wollt und ja das war's bis zum nächsten mal haut rein tschüssi